hey dann und youtube normalerweise mache ich ja keine stream ankündigungen mehr beziehungsweise so gut wie keine hin und wieder gibt es eine ausnahme so wie jetzt weil fallout DLC Nuka World werden wir ab circa 19 uhr streamen wer also vorbeischauen will und die letzte Episode oder das letzte DLC von Fallout bei mir sehen möchte und wir einen schönen kuscheligen Abend miteinander verbringen können ich zünde auch ein paar Kerzen an da kann den Link in der Beschreibung klicken wie er zum Stream kommt und wir dort folgen ansonsten ja und das war's für die Info nur damit ihr Bescheid wisst damit keiner weint niemand weint es ist okay sorry ich habe euch trotzdem ganz gern ein bisschen okay bevor es hier zu sentimental wird so ab circa 19 Uhr Nuka World stream wer dabei sein will klickt Link in der Beschreibung Dankeschön für eure Zeit und Aufmerksamkeit bei diesem Video macht's gut Esst ein Eis Tschüss